Hallo, mein Name ist Anke Wartekamp. Ich arbeite als Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach in eigener Praxis und bin Dozentin an den Paracelsus-Schulen. Heute möchte ich Ihnen mein Seminar Keine Angst vor Vorträgen, Prüfungen und wichtigen Gesprächen vorstellen. Ja, vielleicht kennen Sie das auch, diese Aufregung vor einem großen Auftritt. Für manche Menschen ist das genau die richtige Aktivierung, um in ihre Kraft zu kommen. Bei anderen hingegen steigert sich das oft über Nervosität, Schweißausbrüche. Sie werden rot im Gesicht, das Ganze wird ein bisschen peinlich und es kann sich bis zu so einem Blackout, dem befürchteten Blackout steigern. In diesem Workshop lernen Sie die wesentlichen Stellschrauben kennen, um mit solchen Situationen gut umgehen zu können. Sie erlernen ressourcenaktivierende Techniken, Mentaltechniken aus dem NLP und der positiven Psychologie. Wir arbeiten mit dem Körper, dem Atem und der Sprache. Und Sie lernen die Tricks der Profis. Das, was Manager und Spitzensportler anwenden, um in entscheidendem Moment ihre Leistung abzurufen. Wir werden sehr viel praktisch üben und Sie werden viele kleine Interventionen mit großer Wirkung kennenlernen. Sie werden für sich selbst entdecken, welche Stellschrauben für Sie persönlich am wirksamsten sind. Dieses Seminar richtet sich an Menschen, die selbstbewusster und souveräner solche Auftritte meistern wollen. Gleichzeitig aber auch an Therapeuten und Coaches, die andere Menschen auf diesem Weg begleiten. Ich selbst war viele Jahre als Führungskraft in einem großen Konzern tätig und habe diese Techniken an mir selbst sehr schätzen gelernt. Heute begleite ich Menschen auf diesem Weg in Form von Coaching, Therapie oder auch in Seminaren zu Führung und Kommunikation. Ja, ich freue mich, wenn ich Sie für diese Thematik begeistern konnte und wenn wir in dem Seminar zusammen auf Entdeckungsreise gehen können.